Einen wunderschönen liebe Fatmans Group und willkommen zurück zu einer neuen Folge FNAF. Ich weiß genau, was ihr denkt. Was? FNAF? Ja, ist denn heute schon Dienstag? Nein, nein, meine Freunde. Und zwar habe ich FNAF auf den Freitag verlegt. Warum habe ich das getan? Kurzes Daten mit meinerseits. Der Dienstag war ursprünglich geplant als ein Random Let's Play Tag. Sprich, da zocke ich einfach, worauf ich gerade Bock habe, worauf ihr gerade Bock habt, wenn neue Games rauskommen, testen wir die an, schauen uns die gemeinsam an, talk ein bisschen drüber. Dafür war der Dienstag gedacht und der Freitag war eigentlich eher gedacht für Serien oder immer wiederkehrende Titel, Spiele, die wir durchspielen. Das war ja bei FNAF eigentlich nicht mein Gedanke. Ich wollte mir FNAF einfach mal anschauen. Jetzt ist es aber so, dass mir FNAF extrem Laune macht und euch anscheinend auch, weil es ist das bisher am besten laufendste Gaming-Video, was ich habe auf meinem Kanal. Und ich habe mir überlegt, und da möchte ich jetzt eben eure Meinung dazu, ich möchte aus FNAF ein richtiges Megaprojekt machen. Das bedeutet, dass wir alles, was auch nur ansatzweise mit FNAF zu tun hat, durchzocken. Teil 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sisters Location VR. Dann gibt es unzählige Indie-Titel, die auch irgendwo auf FNAF basieren. Die möchte ich mir alle geben. Ich möchte eine FNAF Week machen. Das heißt, dass eine Woche lang jeden Tag zwei FNAF-Videos kommen werden. Ja, und da habe ich mir eben gedacht, werde ich FNAF auf Freitag verlegen, weil wir es wahrscheinlich länger spielen werden. Ich möchte es halt eben richtig aufziehen, also da ein großes Projekt draus machen mit euch zusammen. Und ich wollte euch fragen, ob ihr da Bock drauf habt, ob ich das machen soll. Also schreibt mir das bitte unten in die Kommentare. Wenn ihr da keinen Bock drauf haben solltet, dann würde ich sagen, spielen wir den ersten Teil halt durch. Und dann lassen wir es gut sein. Aber dennoch bleibt der erste Teil, bis er fertig ist, eben auf dem Freitag. Nur damit ihr da Bescheid wisst. Das bedeutet wiederum, Little Nightmares kommt am Dienstag jetzt. Und jetzt fangen wir an und ballern diese verschissene zweite Nacht endlich weg. So, continue Night 2. Ja, bitte? So, jetzt. Also, ich muss Foxy im Auge behalten. Foxy rennt auf einmal los und dann muss ich die Tür zumachen. Das habe ich gelesen. Und wenn ich hier zumache, kommen sie von der anderen Seite, habe ich gelesen. So, und wir werden ordentlich Strom sparen. Wir werden so krass viel Strom sparen, dass ich um kurz nach vier alles verrammeln kann. So, Bonny fehlt schon wieder. Hier ist Bonny. Bonny marschiert immer echt früh los. Der Vorhang ist ja, denke ich, noch zu. Ne, ist schon offen. Ja, da hat es eben keißen. Jetzt muss ich den Vorhang immer im Auge behalten, weil Foxy eben auf einmal einfach loswendet. Aber übertreiben will ich es halt auch nicht. Wir haben schon wieder zehn Prozent Strom weg. Und ich habe letztes Mal bei jemandem zugeschaut, bei dem war das Game um so vieles heller. Der hat hier lauter Sachen gesehen, die sehe ich ja alle gar nicht. Okay, solange Foxy da chillt, ist ja alles cool. Nein, mach das Licht aus. Wo ist Bonny? Scheiße. Scheiße. Okay, Foxy ist noch da. Chica. Wo ist Bonny? Scheiße, Bonny. Wo ist Bonny? Verdammt. Bonny? Foxy ist noch da, Chica ist noch da. Wo ist Bonny? Steht der da? Ne, der steht da nicht. Ich habe keine Ahnung, wo Bonny ist. Oh, fuck. Da ist Bonny. Hä, wo ist dein Chica jetzt? Ich wollte gerade sagen, noch schaut es gut aus. Es ist aber halt erst ein Uhr in der Nacht. Oh, oh. Und das weiß ich jetzt eben nicht. Wie lange bleibt der da stehen? Foxy ist noch da. Der bleibt da anscheinend länger. Verdammte Scheiße. Ich will diese Tür halt nicht zulassen. Ja gut, wenn nur die eine Tür zu ist, das verbraucht nicht so viel Strom. Aber das ist doch Bonny. Das ist doch nicht Chica. Das ist Freddy. Ne, Freddy ist hier. Wer zur Hölle ist das? Okay, jetzt ist er weg. Bonny ist, mein Gott, wir sind schon wieder bei 57%. Um 2 Uhr in der Nacht. Das schaut schon wieder gar nicht gut aus. Das schaut gar nicht gut aus. Ich will halt so dermaßen keinen Strom verbrauchen. Das ist echt... Da ist Freddy. Ah ja, der ist noch da. Ist da, ist da. Wo sind die denn alle? Da ist Chica. Okay, Chica kommt von rechts. Chica kommt von rechts. Okay, die ist noch da. Aber wer ist jetzt da? Bonny steht vor der Tür. Chica steht hier im Flur. Foxy ist hinterm Vorhang. Wer ist dann das mit den Haaren? Das mit den Haaren ist doch Bonny. Ich schneiß gerade überhaupt nicht. Scheiße. Ich check das nicht. Mann. Oh Gott, das ist schon wieder so ätzend spannend, Leute. Was sind das für Geräusche? Boah, ey, Bonny, du nervst. Das hatte ich letztes Mal schon. Was heißt das? Was heißt das? Okay, es ist vier. Er ist noch da. Chica ist vor der Tür. Chica ist gleich da. Boah, es ist vier, noch 27%. Ich muss weniger auf die Kamera schauen. Das hilft nix. Es bringt nichts, wenn ich da permanent drauf schaue. Okay, okay, Mann. Zeit vergeht doch mal. Okay. Wie leicht war eigentlich die erste Nacht, bitte? Vielleicht rennt Foxy gar nicht los, wenn ich den in meinem Auge behalte. Und wieso kommt Chica nicht rein? Die stand doch schon vor der Tür. Okay, fünf. Es ist fünf, Leute. Es ist fünf, Leute. Es ist fünf, Leute. Das schaut doch gut aus. Das sieht doch, das sieht doch, das sieht doch, das sieht doch sehr gut aus. Boah, bitte jetzt. Jawohl, geschafft. Huh. Das war ja easy. Boah, hab ich keinen Bock auf die dritte Nacht, Leute. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist so minus Spaß. Die schauen wir uns jetzt aber heute nicht mehr an. Wie gesagt, Leute, es ist heute alles ein bisschen professorisch. Ihr seht das ja nicht wegen dem Greenscreen. Aber hinter mir ist Großbaustelle, Kollegen. Deshalb muss ich jetzt leider aufhören. Und ihr wisst aber Bescheid. FNAF bleibt am Freitag. Und bitte lasst mich eure Meinung wissen. Sagt mir, wie ich das aufbauen soll, wie ich das aufziehen soll. Ob ihr da eben Bock drauf habt, dass wir da so ein richtig großes Projekt draus machen. Und falls es euch gefällt und falls ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr diesen Kanal gerne abonnieren. Das Glöckchen aktivieren. Ich würde mich aufs Allermassivste freuen. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.